Hallo liebe Solateurinnen und Solateure. Hier seht ihr den SL-Rack Kabelclip und dieser birgt folgende Vorteile. Er besteht aus UV- und witterungsbeständigen Kunststoff, bietet Platz für jeweils einen MC4-PV-Stecker und zusätzlich noch für bis zu 15 weitere Kabel mit einem Durchmesser von 5,4 mm. Der SL-Rack Kabelclip passt in den oberen Schraubkanal sämtlicher Rail-Tragschienenprofile, ist wiederverschließbar und dadurch leicht und bequem repositionierbar. Nichts und niemanden hängen lassen. Unsere Lösung für eine lange Leitung. Der SL-Rack Kabelclip. Schaut auch gerne unsere weiteren Videos von SL-Rack Ludwig Schletter.